heute mal ein neuer teil aus der serie springt er an oder springt er nicht an der schon 30 jahren der scheune ich habe jetzt das benzin mal gegen neues ersetzt die zündkabel durchgeguckt wir probieren es mal sind kabel sind dran benzin ist etwas neues drin vergaser hängt nicht habe ich geguckt neue batterie habe ich am start springt er an oder springt er nicht an kühlwasser habe ich auch gecheckt es ist was drin das ist auch drinnen so probieren wir es einfach mal gut das war schon mal nix hier eigentlich ist es eigentlich dran so 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 aber er lief schon mal zumindest schon mal durchgedreht aus so 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 Ist das eigentlich auch okay? Irgendwas hängt. Ah! 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 Super! Super! Cool! 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 Vielen Dank.